Schauen wir uns an, wie Google-Anzeigen funktionieren und wie sie ihre Position verbessern können. Bei jeder Suche, die ein Nutzer auf Google durchführt, findet eine Live-Auktion statt, um die jeweils relevantesten Ergebnisse anzuzeigen. Auf einem Desktop können oben auf der Ergebnisseite bis zu vier bezahlte Werbeanzeigen erscheinen und unten bis zu drei. Auf einem Mobilgerät erscheinen über und unter den Ergebnissen jeweils bis zu drei. Mit Googles Pay-Per-Click-Werbung zahlen sie nur, wenn ein Nutzer ihre Anzeige anklickt. So entstehen ihnen nur dann Kosten, wenn Nutzer ihre Webseite besuchen, um mehr zu erfahren. Suchanzeigen werden gemäß einer Kombination von Faktoren rangmäßig eingestuft. Die Relevanz der Anzeige für die Suchanfrage, die Höhe des Gebots für das Keyword und die Qualität ihrer Webseite. Google belohnt relevante Anzeigen mit höheren Positionen auf der Ergebnisseite. Die Relevanz Ihrer Anzeige wird von der Anzahl von Klicks, die Ihre Werbung für die jeweilige Suche mit der Zeit erzielt, bestimmt. Jeder Klick validiert Ihre Anzeige und verbessert aktiv Ihren Rang. Fokus auf die Kernpunkte, die Ihren Betrieb von anderen unterscheiden, bedeutet mehr Klicks. Anzeigen können auch durch höhere Gebote einen höheren Rang erzielen. Erhöhen Sie Ihre Gebote für die wichtigsten Keywords, um Ihre Position auf der Seite zu verbessern. Ortungssignale von Desktop und Mobilgeräten beeinflussen den Anzeigerang. Google berücksichtigt jeglichen Hinweis auf den Standort in der Suchanfrage sowie den Ort, an dem sich der Suchende tatsächlich befindet. Websites mit viel frischem und relevantem Inhalt bieten die beste Kundenerfahrung und werden mit höheren Anzeigepositionen belohnt. Aktualisieren Sie Ihre Website regelmäßig. So bieten Sie eine großartige Kundenerfahrung und maximieren Anfragen, sowohl online, aber auch telefonisch und persönlich. Kurz gesagt, die vier Hauptfaktoren, die Ihre Anzeigeposition beeinflussen, sind Relevanz Ihrer Anzeige für die Suchanfrage, Höhe Ihres Gebots, Standort des Nutzers und Qualität Ihrer Website. Ein entsprechender Fokus maximiert Anzeigenposition und Besucherzahlen. Erreichen Sie mit Ihrer Botschaft die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit Google AdWords.